Ich bin Michael Gieritz, komme aus Dessau, arbeite bei Firma Heimannhaus als Angestellter im Bereich der Montageleitung und bin für das Gebiet Leipzig Halle-Wittenberg verantwortlich. Ich kannte Firma Heimannhaus vorher gar nicht. Ich hatte zwar schon immer mal die Werbung gesehen und hatte gedacht, Mensch, du hörst dir das mal an. Ich habe ein Bewerbungsgespräch vereinbart mit dem Geschäftsführer. Bei den ersten zwei Bewerbungsgesprächen hatte man eigentlich schon gleich gemerkt, dass es wirklich ein sehr familiärer Betrieb ist, zielstrebig, sodass ich mir eigentlich von Anfang an darüber im Klaren war, hier möchte ich schon gerne anfangen. Einen typischen Arbeitsalltag bei Heimannhaus als Montageleiter gibt es nicht wirklich. Man ist halt immer ansprechbar für seine Monteure, für ein Büro, Indienst, für einen Chef oder sei es der Verkauf. Wo immer wieder Fragen entstehen im Voraus, wenn der Vertrag geschrieben wird, oder die Monteure während der Montage oder nach der Montage für Klärungen, da wäre dann mein direktes Einsatzgebiet. Also man sollte auf alle Fälle lösungsorientiert im Sinne des Kunden und der Firma Heimannhaus arbeiten und da eine gewisse Flexibilität und immer auch Gelassenheit mit an den Tag legen, weil die Aufgaben doch jeweils täglich neu und wirklich individuell sind. Mir macht meinen Job besonders viel Spaß, durch den individuellen Umgang mit Kunden, durch jeden Tag spezielle individuelle Lösungen für jeden Kunden zu finden und immer wieder auch meinen Montagepartnern mit Rat und Tat beiseite zu stellen. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.